Beim Nachbarn drüber ist Feuer ausgebrochen und da ist die Feuerwehr alarmiert worden und jetzt den die halt löschen. Durch den Knall. Also wie ein Feuerwerkskörper, explodieren dort, nur ein bisschen stärker. Wir sind eigentlich feuererprobt hier in der Gegend. Bei unserem Nachbarn hat es vor ein paar Jahren auch schon zweimal brennt. Und wir sind ja die Einzige, die wurden halt mehr oder weniger gewohnt. Und wir haben halt auch die Feuerwehr angerufen und bis die halt da waren, das Dach schon durchbrennt. Die Feuerwehr wurde heute 20.28 Uhr alarmiert zu einem Wohnungs- und Gebäudebrand im südlichen Industriegebiet von Schorndorf. Die ersten Kräfte, die eintrafen, trafen folgende Maßnahme an. Die Feuer, die Flammen schlugen aus dem Dach und aus dem Fenster des Produktionsgebäudes. Es wurden nach alarmiert die Abteilung Weiler und die Abteilung Schornbach von Schorndorf, sowie eine weitere Drehleiter von der Feuerwehr Weinstadt und gegen einen späteren Zeitpunkt auch der Atemschutzwagen von der Feuerwehr Fellbach. Im Einsatz sind zurzeit 80 Feuerwehrangehörige. Vom Rettungsdienst zwei Fahrzeuge, vier Mann, Organisationsleiter des Rettungsdienstes, zwei Streifen von der Polizei und Beamte der Kripo. Ursache können wir bis jetzt noch nicht erklären. Es handelt sich hier um einen Betrieb, welcher Akkumulatoren und Kleinbatterien baut. Wir sind jetzt in der Prüfung von Rauch und vom Abwasser, ob da Schadstoffe enthalten sind. Deshalb auch die Warnungen, die Umgebung, die Fenster geschlossen zu halten. Die B29 war klar durch die Nähe, wo sie ist, die befindet sich ja gleich hinter dem Gebäude. Die waren natürlich betroffen über die Rauchentwicklung. Wir haben Unterstützung aus Fellbach mit den Atemschutzwagen, um die Atemschutzgeräteträger, immer ein frisches Gerät und eben auch genügend Flaschen für Atemluft zur Verfügung zu haben. Und so auch die Drehleiter, die zweite, wo er am Standort ist, die ist von der Feuerwehr Weinstadt angefordert worden, um das Dach oben, über das Dach den Bränden niederzuhalten. Im Moment gibt es nur die Schwierigkeiten, dass das Gebäude nicht begehbar ist, weil es eben aus Stahl- und Leichtbau besteht und somit bei der Erhitzeinwirkung zu Verformungen kommt und eben die Prägheit oder Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist. Ein Sicherheitsfirma, wo hier in anderen Firmen Streife macht, die hat bemerkt, dass in einem Fenster Feuerschein ist und hat das so der Leitstelle Rimsmoor gemeldet. Und so kam der Alarm zustande. Wie gesagt, von der Meldung, die wir beim abrufen und bei der Alarmierung bekommen haben, Feuerschein hinter Fenster, bis wir gekommen sind, war der Durchbrenn erfolgt. Wir kamen her und das sah aus wie ein großes Lagerfeuer. Das Dach war offen, Feuerschlag war nach außen, seitlich von dem Produktionsgebäude die Fenster waren zerborsten. Also wir konnten einen guten Außenangriff starten und für das Verwaltungs- und für das Wohngebäude, wo angebaut ist. Die Brennwände haben das gut gehalten und dann eben beide mit Riegelstellung noch geschützt. Dass sie exportieren, dass das natürlich ungesund ist und dann kommt es darauf an, welche Stoffe verbaut sind, was dann mit Brennen ist. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Akkus zusammenzubauen. Da müssen keine Chemie, da müssen wir abwarten, was die Analyse ergibt. Ich sage es mit meiner Frau beim Abendessen, dann habe ich als erstes eine SMS bekommen von der Feuerwehr und danach hat uns der Gesamtkommandant, der Jörg Struppe, angerufen. Und dann war es klar, dass ich mir das Auto setze, mir selber ein Bild vor Ort verschaffe, auch mit dem Firmenbesitzer zu sprechen, mit meiner Wirtschaftsförderin zu sagen, gegebenenfalls, wie können wir dann auch morgen unterstützen, dass es weitergehen kann. Zum Glück sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Der Einsatz verläuft, ja, sehr geordnet, sehr professionell. Wir sind froh, dass wir so eine professionelle Feuerwehr haben. Wir haben schon von Weitem die Rauchentwicklung gesehen. Zufälligerweise habe ich es gerade auch im Radio gehört. Die Warnhinweise für die B29 und natürlich bei Akkutechnologie auch an Schadstoffe. Man weiß, dass mit Säuren gearbeitet wird. Deswegen auch die Mitarbeiter auf der Kläranlage verständigt. Aber ich glaube, insgesamt ist das hier von allen Beteiligten ein sehr professioneller Umgang mit dem Großbrand, einer der größten Brände in den letzten Jahren.